Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Wizard101. So, ich bin jetzt hier bei Saren angekommen. Jetzt reden wir mal mit ihm. Hallo, du warst so lange fort, dass ich mir schon Sorgen gemacht habe, dass du zu einer Skelett-Piraten-Mannschaft übergelaufen sein könntest. Was hatte Lady Aureal zu sagen? Aureal meint, dass ein Tyrann, der Unterwelt namens Klapperknochen hinter all dem steckt, abgefahren. Lass mich kurz nachdenken. Er hält sich in einem Turm auf, der von Knochen umringt ist? Well, the skeletal Pirates do seem to be concentrated around the old archives. Try looking there. Here, I'll mark it on your map. Um das alte Archiv scheinen sich besonders viele Skelett-Piraten zu tummeln. Beginne dort mit deiner Suche. Hier, ich zeichne den Standort des Archivars, ne des Archivs, auf deiner Karte ein. Okay. Das ist übel. Äh, ja. Gut, dann fliegen wir mal hin. Okay, ich muss auf die andere Seite. So, Einhorn-Park. Ich glaube, das müsste jetzt ein Dungeon sein, wenn mich nicht alles täuscht. Und die sind manchmal echt schwer. Erst recht, wenn man alleine zockt. So, dann schauen wir mal, ob ich das irgendwie hinbekomme. Ich fliege lieber außenrum, ja. So, ich habe jetzt auch, ähm, Lebensenergie, äh, Anzeige bekommen. Das ist die grüne Kugel, ähm, links unten. Also zwischen meiner Mana-Kugel und meiner Lebens, äh, meiner, meiner, ja, meiner Lebensenergie habe ich jetzt auch die Heilung, ne. Ist die sichtbar. So. Okay. Jetzt fliege ich da lang. Da war nämlich jetzt Lady Aureal wieder, ne. Der Zugang. Aber kann es sein, dass ich irgendwie falsch fliege, Leute? Ich habe jetzt gar nicht aufgepasst. Muss ich hier vielleicht raus? Also an die Musik kann ich mich auch nicht erinnern. Ich weiß noch, dass, ähm, das Spiel früher... Oh, was ist denn hier? Nebelholz, okay. Äh, dass es hier wirklich sehr überfüllt war, zum Schluss. Oh, hier ist noch eine Holztruhe. Aber heute scheint der Server nicht voll zu sein. Das ist eigentlich gar nicht so, so schlimm. Ah, das muss ich bestimmt gleich einsammeln, oder? Okay, das ist der Turm. Gut. Dann werde ich mal reingehen. Oh ja, das ist ein Dungeon. Gesammelte Einführungstipps öffnen. Herr Alaba, du hast eine Zutat gefunden. Zutaten brauchst du für Handwerksrezepte. Du kannst in der Spirale die verschiedensten Zutaten erhalten, indem du sie einfach aufsammelst, sie besiegen, sie besiegt, sie besiegt Monstern abnimmst oder auf dem Bazar kaufst. Gratuliere, du hast eben dein erstes Abzeichen erhalten. Mit jedem Abzeichen erhältst du einen Titel, den du stolz unter deinen Namen tragen kannst. Du hast gerade ein Ei... Ah ja, okay, das sind die ganzen... Alles klar. Hier ist nichts. Okay. Suche nach Klapperknochen. Ja. Klapperknochen. Oh Gott. Der hat noch einen Gehilfe bei sich. Okay. Das wird interessant. Das wird sehr interessant. Warte mal, kann ich da hin? Oh, scheiße. Now, we... What's this? A wizard? Excellent. I could use a combat brick. Let's play. Okay. Klapperknochen. Rang 1. Und die dunkle Elfenfee ist auch Rang 1. Durfte also funktionieren. Gute Arbeit, mein Diener. Dies könnte das Buch sein, nachdem Melistia sucht. Nun wären wir... Was haben wir denn hier? Eine Zauberin? Wunderbar. Ich könnte einen kleinen Kampf gebrauchen. Lass uns spielen. Ja, gleich. Gleich, gleich. Ich wollte mal gucken. Was ist das denn hier? Oh, das glitzert aber sehr schön. Okay. Gut. Auf in den Kampf. Ja, Klapperknochen. Ähm... Ich will erst mal versuchen, hier die... Gehilfen... ...zu eliminieren. Natürlich. Mein Zauber ist verpasst. Okay. Ich versuch's nochmal. Ey, das gibt's doch nicht. Das ist leider bei Sturmzaubern oft der Fall. Oh nein, was ist das denn hier überhaupt? Herzschlag? Ich probier's einfach. Ach, das... Ah, das mach ich auf mich selbst. Okay. Ah, damit hab ich mein Leben wieder hochgelevelt. Cool. Der hat mir jetzt eine 30-prozentige Dingens gegeben. Oh, das ist ja ärgerlich. 115. Ja, sie lebt natürlich noch, weil ich diesen... dieses Schild bekommen habe. Ah, man konnte dieses Schild aber auch irgendwie, ähm... irgendwie, ähm... wieder deaktivieren. Ich weiß aber nicht mehr, wie. So, ein Gegner weniger. Ach, nein. Ach, okay. Auf die Feuerzauber gibt's nochmal 30% mehr Schaden sogar. Oh, shit. So war das gewesen. Alles klar. Ich hab hier einen... Okay, das war's gut. Er hat ja da oben dieses Lebensschild. Das heißt, jeder Lebenszauber, ähm... wirkt dann in dem Moment nicht so gut. Oh, Gott. Ich seh langsam alt aus. So, komm, Baby. Gib mir bitte kein Verpatzen. Nein! Oh, scheiße. Ganz knapp, ganz knapp. Äh... Tod auf Tod ist auch nicht gut. Ah, Gott sei Dank. Ah, diesmal hast du gewonnen, Kind. Aber der Plan des dunklen Meisters ist bereits im Gange. Dies war nicht das letzte Klappern in der Dunkelheit, das du vernommen hast. Klapperknochen hat es so eilig, davon zu kommen, dass er das Buch hat fallen lassen. Es könnte wichtig sein. Vielleicht weiß Saren, was da mit anzufangen ist. Ja, das ist auf jeden Fall neu. Das kenne ich nicht. Okay. Kann ich jetzt hier noch irgendwas einsammeln oder so? Nee, ne? Ja, das war mein erstes Dungeon. Aber es ist ja noch in der Anfängerzeit, von daher ist es nicht allzu schwer, glaube ich. Als du erneut den Einhornweg betriffst, spürst du, dass die dunkle Magie, die hier so übermächtig war, bereits ein wenig abgenommen hat. Okay. Ja, das klingt doch super. So, gibt es hier wieder eine neue Truhe für mich? Haha. Die spawnen hier nehme ich immer wieder. Das ist mal ganz gut. So, 200 Meter. Ich muss jetzt wieder mein Lehm auffüllen, wie ihr seht. Dann brauche ich einfach nur diese Kugeln berühren. Und mein Mana müsste ich noch mal auffüllen. Aber dazu brauche ich diese blauen Kugeln. So, hier ist nichts, was ich einsammeln könnte, meine ich. Nee. Okay. Hallo, Zerrin. Nein, das war falsch. Entschuldigt. Du hast es geschafft, nicht wahr? Du hast Klapperknochen besiegt. Die Dunkelheit, die den Einhornweg heimgesucht hat, lüftet sich. Zieh nur. Nun, da du Klapperknochen besiegt hast, sollten die Wächter den Rest der untoten Horde mit Leichtigkeit vertreiben können. Oh, das Buch sieht wichtig aus. Bring es in die Bibliothek in der Stadtmitte. Harold Agleston wird wissen, was damit zu tun ist. Sehr gerne. Ich habe Leinfüßlinge bekommen. Okay. Ähm, hier ist erstmal nichts zu reden. Was habe ich denn jetzt noch an Questen? Wartet, Marco. Sprich mit... Ach genau, ich soll noch mit ihm sprechen. Questfinder, ja. Ja, okay. So, Rucksack. Ähm, Schuhe. Plus zwei. Also, ich habe jetzt plus zwei Sturmzauber und Tod, glaube ich. Und das ist Eiszauber und Tod und Tod. Und das ist Sturm und... Ach, wartet mal. Nee, das ist nicht Tod, sondern mehr... Äh, mehr... Das sind andere Schilder. Was ist denn das? Ich weiß jetzt nicht, was dieses Schild hier bedeutet oder diese Hand. Ich habe keine Ahnung. Okay. Gut, dann gehen wir jetzt mal schnell hier hin. Ich habe keine Ahnung. Nein, das... Oh, da ist eine Holztruhe. Oh mein Gott. Komme ich da rüber? Ja, ich komme da rüber. Was ist das hier? Lampenputzer. Okay. Nee, das war auch wieder falsch. Ach Gott. So, ich sammle mal alles ein, was so geht, weil ich nicht mehr weiß, wofür die Sachen waren. Äh. Warum fliege ich denn jetzt automatisch? Ich glaube... Diego meistert der Duelle. Okay, das ist optional. Was haben wir hier? Wartet mal. Ist das ein Shop? Sprechen. Ah, hier kann ich Dinge kaufen. Kosten 50. Kreisjuwel. Ja, damit muss ich mich nochmal auseinandersetzen. Da habe ich jetzt noch gar keine Ahnung von. Ich weiß gar nicht, waren die Zelti hier auch schon immer? Ich habe keine Ahnung. Schon einfach zu lange her. So, dann gehen wir jetzt einfach mal zu diesem Harald. Wo immer der jetzt auch ist. Wo bin ich denn jetzt? hier Wächter? Stieglitz. Okay. Oh, oh, hier sind die blauen. Hier kann ich mein Mana auffüllen. Sehr gut. Okay, 21, ne? Habe ich nur. So, ach, hier muss ich... Au, das ist aber neu. Was steht denn da? Happy Birthday? 1815. Jubiläum, oder was? Die Bibliothek. Oh, die sieht aber... Ja, die kenne ich gar nicht. Doch, die kenne ich, aber die sah anders aus. Okay, da ist die Hauptquest und da ist eine Nebenquest. Oh, Hallöchen. Dich habe ich ja noch nie in der Bibliothek gesehen. Ich bin Harold Argleston, oberster Bibliothekar und ein Meister meines Fachs. Du sagst, du hast dieses Buch einem Tyrannen der Unterwelt abgenommen, der es seine dunkle Meister Melistair übergeben wollte? Sowas, sowas. Ich denke, dieser Sache sollte sich lieber Schulleiter Ambrose annehmen. Du solltest das Buch sofort zu ihm bringen. Ah, aber bevor du gehst, möchte ich dich für deine Hellentaten belohnen. Bitte nimm diese Goldkarte als Dank der Bewohner von Wizard City. Goldkarten wirken besondere, einmalig verwendbare Zauber aus verschiedenen Schulen. Du kannst sie bei Händlern kaufen oder selbst herstellen. Drücke P, um dein Kartenspiel aufzurufen. Die Goldkarten findest du in einem eigenen Reiter. Du kannst sie der Ablage hinzufügen. während eines Kampfes kannst du normale Karten per Rechtsklick abwerfen, um über den Kopf ziehen, Goldkarten aus deiner Ablage zu erhalten. anders als gewöhnliche Zauberkarten kannst du Goldkarten nur einmal verwenden. Also setze sie weise ein. Okay. Ja. So. Was ist denn hier mit den Büchern los? Wow, also das ist alles neu, Leute. Das kenne ich alles nicht. Du bist Boris Buchenstab? Okay. Hoppla, immer langsam meine Beste. Bleib kurz stehen und stell dich vor. Ich bin Boris, Boris Buchenstab, Spitzenreporter der Schülerzeitung von Rahmhain. Ich investigiere und recherchiere. Ich stelle die schwierigsten Fragen sowie Was ist Magie? Woher kommt's? Stammt sie? Wie haben wir sie gelernt? Diese Fragen müssen gestellt werden, gestellt, insofern wir die Zeit dafür finden, beantwortet werden. Aber wie? Bücher, hm? Weißt du, da könnte was dran sein, aber die besten Geschichtsbücher wurden allesamt von Geistern gestohlen, die nach dem Ohren des Irmvers suchen. Falls du zufällig auf diese Bücher stößt, bringen sie zu mir, Kleine. Ich werde sie zu einem bombastischen Artikel über die Geschichte der Magie zusammenfassen. diese Quest hat mehrere Ziele. Du kannst sie einsehen, indem du deine Questübersicht öffnest und auf die Pfeiltasten der Quest klickst. Ah ja, okay. Ich sehe schon, es gibt viele Bücher. Benutze die Pfeiltasten, um das Ziel auszuwählen, das du zuerst erreichen möchtest. Nun weist dir der Quest-Pfeil die Richtung. Okay, nehmen wir an. Also ich muss jetzt auch noch irgendwelche Bücher finden. Was ist hier? Ein was für ein Macher? Keller, Runenmacher. Ah, Rezepte, okay. Oha. Ausgewertet, was? Ausgewertete Hände des Schicksals. Zauberstab, ah. Ah, hier kann ich... Okay, das sind Zauberstäbe, Leute. Also das Blaue habe ich ausgerüstet und das andere wäre... Aha. Kosten 5000, was habe ich denn überhaupt für Geld? Kosten 500, was ist das denn? Ach, das ist nur die Klinge, okay. Ah, das sind die Klingzauber, die richtig gut sind. Ausgewertete Hände des Schicksals... Okay. Ich weiß jetzt allerdings nicht, wie ich die bekomme, keine Ahnung. Okay, gut. Muss ich alles noch herausfinden. Oh, hallo, Gamma. Was ist denn hier los? Willkommen beim Rammhain Decathlon, der besonderen akademischen Herausforderungen, die all deine magischen Fähigkeiten mithilfe von Goldkarten auf die Probe stellt. Sicherlich hast du ein paar dieser nützigen Zauber zur Hand, ob nun von Monstern erbeutet, von Arglistern gekauft oder selbst hergestellt. Auf der anderen Seite dieses Portals kommen sie zum Einsatz. Dort helfen dir weder deine Zauberschule noch deine Ausrüstung oder Freunde. Es zählt einzig und allein dein Können im Umgang mit mehr Goldkarten. Besiege Monster lediglich mit Goldkarten und erziele Punkte, um tolle Preise zu gewinnen. Je mehr Zauberer Punkte sammeln, desto bessere Gegenstände kann jeder erbeuten. Es gibt sogar eine Rangliste für die besten Decathlon in Dramhain. Die Zauberer mit den meisten Punkten erhalten am Ende des Events tolle Bonusbelohnungen. Ich werde dir dabei helfen, deinen Vortritt auf der Decathlon-Seite festzuhalten. Erzähle so viele Punkte wie möglich, wenn du Decathlon-Champion werden willst. Aha. Ah, da müsste ich dann rein, oder was? Wow. So, was haben wir hier? Benutzen. Handwerk. Oh, ich muss mich erstmal echt hier zurechtfinden. Okay. Ja, gut. Ist hier um noch irgendwas? Hier ist alles gesch... Oh, guckt euch das mal. Das kenne ich wirklich alles noch gar nicht. Das ist alles noch hinzugekommen. Wer bist du denn? Klotto? Am Anfang gab es nichts außer Drachen, Riesen und Tritonen. Die Drachen herrschten über die Gebirge inmitten von Feuer und Magma. Die Riesen waren die Herrscher der Lüfte. Sie bauten ihre Stadt auf den Winden des Nordens. Die Tritonen hatten das Meer als ihr Reich auserkoren und erschufen unter der Wasseroberfläche ihre eigene Zivilisation. Daraus sind die ersten Magieschulen hervorgegangen. Feuer, Eis und Sturm und Sturm Okay, sehr interessant. Und was bist du? Okay, mit dem kann ich nichts machen. Alles klar. Okidoki. So, ähm, Quest. Genau, das ist jetzt hier die Quest, die mehrere hat, ne? Die Geschichte der Magie in Wizard City, Schlundensteinschloss, Tritonenstraße, Blockhubs Turm. Okay, ich vermute mal, ich war schon in einem Turm drin, aber egal. So, ich hab nur die eine Seite. Ich soll jetzt mit, mit Ambrose reden. der ganz schön weit weg ist. So. Aber, wir reisen nochmal schnell dahin. Also, hier ist der Marktplatz, nehme ich an. Dann hab ich auch nur noch Waage in Erinnerung. Krass, Mann. Der Professor, ja. Aber wir gehen jetzt erstmal zu Ambrose in die Schule. So, hallo Ambrose. Auf jeden Fall wurden die Charaktere überarbeitet vom Aussehen her. Bei der Ambrose sah auch mal anders aus. Meine Güte, sind das Erinnerungen. Ah, da bist du ja wieder. Ich bin gespannt auf deinen Bericht über den Einhornweg. Eine böse Dunkelheit, die aus der Unterwelt heraus beschworen wurde. Oh je. Oh je. Klapperknochen, sagst du? Aber er wurde bereits vor Jahrhunderten verbannt. Wie konnte er? Melistair. Natürlich, aber zu welchem Zweck? Klapperknochen hat im Archiv des Einhornwegs nach diesem Buch gesucht. Lass mich mal einen Blick darauf werfen. Auf der Spur des Ohrens des Reißzahns, bei den Sternen. Der Sache muss ich unbedingt nachgehen. Während ich damit beschäftigt bin, solltest du dich nun endlich um deine Aufnahme kümmern. Wenn du deine magischen Talente richtig meistern willst, sollten wir dich offiziell in unsere Akademie aufnehmen. Ich sende dich jetzt an Mr. Lincoln, unser Registrar in Ravenwood. Ich schicke dich nun zu Herrn Alebar, dem Notar in Ramhain. Er wird dich unseren Professoren vorstellen und dir dabei helfen, deine Ausbildung zu beginnen. Von Zeit nach Zeit veröffentlichen Sie die Iconen auf der rechten Seite des Schraens. Diese sind Tooltips. Klicke auf eine Tooltip, um sie zu öffnen. Dann und wann tauchen auf der rechten Bildschirmseite Symbole auf. Hierbei handelt es sich um Kurzinfos. Klicke auf eine Kurzinfo, um sie zu öffnen. Viele Personen aus der ganzen Spirale nehmen per Kurzinfokontakt mit dir auf, um neue Funktionen, Events oder Zauberquests anzukündigen. Wenn du eine Tooltip verpasst, schau sie in deinem Tooltip-Log, indem du Q klickst und auf das Top-Left-Icon klickst. Falls du eine Kurzinfo verpasst, kannst du in deinem Kurzinfo-Handbuch nachsehen, indem du auf Q drückst und dann um links auf das Symbol klickst. Alles klar. Alle Quests, Haupt- und Nebenquests. Okay, Trankflaschen wie die, die ich dir eben gab, können dazu verwendet werden, Lebensenergie und Mana wiederherzustellen. Du musst also nicht extra eine monsterfreie Zone wie die Stadtmitte aufsuchen. Ah ja, okay, das ist die Info, die ich gerade bekommen habe von ihm. Okay, gut, sprich mit Herrn oder mit Herr Adeban. Alles klar. So, dann würde ich sagen, gehen wir hier wieder raus und mache natürlich für heute Feierabend, meine Lieben. Die Folge ist zu Ende. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Und in der nächsten Folge geht es weiter mit Herrn Adebar. Macht es gut, bis zum nächsten Mal und tschüss. Und in der nächsten Folge geht es weiter mit Herrn Adebar.